Hi Leute, hier ist euer Brian Tee mit seinem ersten Video. Seht ihr die 2 Cent Münze? Die lassen wir jetzt erstmal verschwinden. Sehr easy. Die ist jetzt erstmal weg. Zaubern wir wieder hin. Das ist wieder ein Dance. Und und hier einen Tochtopf. Zaubern wir jetzt auch erstmal weg. Wieder zurück. Ja. Jetzt zeige ich euch mal einen richtig coolen Trick. Oder nochmal so einen ähnlichen. So. Das hier. Ist weg. Jetzt hauen wir wieder her. Ist wieder da. Jetzt der letzte Trick. Wir haben nochmal hier die Münze. Ihr seht hier. Im Schrank ist nichts. Und jetzt. Und jetzt. Liegt hier unsere Münze. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Liked mein Video. Und tschüss. Tschüss.